Hallihallo Hallöle, ich bin DonF204 und eigentlich wisst ihr das ja, sonst wärt ihr nicht hier. Okay, Spaß beiseite, ich bin wie gesagt DonF204 und ich möchte euch in diesem Video nur kurz mal ein kleines Projekt von mir vorstellen. Ich habe das jetzt in den Steam Workshop hochgeladen und ihr könnt das dort auch runterladen und selber mal antesten. Es ist natürlich noch nicht fertig, aber egal, ich zeige euch erstmal kurz was ich gemacht habe, indem ich jetzt Test spiele, Neues Spiel und dann müsst ihr einfach nur die Falltaste nach oben drücken. Es ist Flappy Birds, beziehungsweise Flappy Birds, Entschuldigung, ohne S am Ende, nur mit dem RPG Maker umgesetzt und es ist wie gesagt noch nicht ganz fertig, aber ihr könnt es theoretisch schon spielen, das Gameplay ist nahezu komplett fertig. Ich mache vielleicht noch ein paar Änderungen am Gameplay, aber nicht wirklich mehr nennenswert viele. Es wird alle 1000 Frames, die man spielt, wird es ein bisschen schneller und ihr müsst immer versuchen, durch die Öffnungen zu fliegen. Wenn ihr die, falls das nach oben gedrückt haltet, fliegt er hoch und wenn ihr loslasst, fliegt er runter. Das waren jetzt 2000 Frames, die ich durchgehalten habe. Am Ende die Punkte stehen quasi für die Frames, also wie lange ihr durchgehalten habt. Upsala. So, nochmal eine Runde. Genau, jetzt kann ich es euch kurz erklären. Wenn ich loslasse, fällt er runter. Ja gut, es erklärt sich halt sehr schwierig, wenn man gerade spielt, aber wenn ich nicht drücke, dann fällt er runter. Und wenn ich gedrückt halte, vielleicht kann ich das auch nochmal kurz demonstrieren, dann fliegt er hoch. So, und wenn ich loslasse, wie gesagt, fliegt er runter. Und um gerade zu fliegen, muss man im Grunde immer drücken, loslassen, drücken, loslassen, drücken, loslassen, um gerade zu fliegen. Das ist etwas knifflig und ihr müsst halt versuchen, immer durch die Öffnungen zu fliegen. Das Ganze wird natürlich dann später noch ein bisschen schöner, alles, die Grafik ist noch nicht ganz fertig, die Grafiken. Die Fledermaus soll dann durch eine Höhle fliegen und statt hier diese schwarzen Balken sind es dann Stalakmiten und Stalaktiten, denen man ausweichen muss. Und ja, ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht. Das Ganze habe ich natürlich immer live gestreamt, wie ich an dem Spiel gearbeitet habe. Also ihr könnt den kompletten Workflow nachvollziehen, falls ihr das mal möchtet. Vielleicht cutte ich das dann irgendwann auch nochmal zusammen, wenn das Spiel fertig ist, zu einem zusammengecutten Workflow, damit ihr euch das jetzt nicht unbedingt stundenlang geben müsst. Aber ihr könnt es auch nebenbei laufen lassen, wenn ihr selber makert oder wenn ihr irgendwas anderes macht, malen für irgendwas oder was weiß der Geier. Ja, einfach so. Könnt ihr das auch immer nebenbei ein bisschen laufen lassen, ist ja auch nicht das Problem. Aber jetzt läuft es gerade ganz gut. Ich bin gespannt, wie viele Punkte ich kriege. Also mein Rekord war irgendwas mit 4000 mittlerweile. Ich habe ein bisschen heimlich geübt. Aber das sieht jetzt richtig gut aus. Das könnten vielleicht sogar 5000 werden. Na, 5200! Neuer Rekord, okay, gut. Habe ich gerade mitten in der Aufnahme gemacht. 5275 ist mein Rekord. Den gilt es zu brechen. Schreibt in die Kommentare, wie viel ihr geschafft habt. Ich zeige euch jetzt, wie man das Spiel runterladen und spielen kann. Ganz einfach. Ihr geht dazu auf Steam. Ihr müsst den RPG Maker M wieder zu besitzen. Ihr geht auf Steam, auf Community und dann auf Workshop. Dann lädt er es kurz und gebt dann hier in das Suchfeld RPG Maker MV ein. Und wenn er dann irgendwann mal fertig ist mit Laden oder man muss hier draufdrücken. Ja, genau. Dann funktioniert es auch. Und dann gebt ihr hier einfach ein Flappy MV. Und nochmal auf Suchen. Und dann habt ihr das Spiel hier. Ihr könnt das Ganze dann auch bewerten. Hier mit dem schönen, wunderschönen Daumen. Und wenn ihr es spielen wollt, müsst ihr hier auf Abonnieren drücken. Und anschließend geht ihr zurück in euren RPG Maker MV. Geht auf Datei und Steam Verwaltung. Und dann müsste das Projekt hier unten aufgelistet sein. Und ihr müsstet es herunterladen und spielen können. Ich hoffe, das Ganze funktioniert bei euch. Ich werde versuchen, nochmal einen Link bereitzustellen. Den hier oben. Dann müsste die eigentlich direkt zu dem Projekt kommen. Dann müsste das so aussehen in eurem Browser. Und ja, und ihr könnt das natürlich auch kommentieren, das Projekt. Lord Evermore sagt, es ist motivierend. Und das ist doch mal was Schönes. Ich freue mich über jedes Kommentar zu dem kleinen Projekt. Und ich werde es auch weiter verfolgen. Das Ganze. Und bitte schön abonnieren und bewerten, falls ihr das möchtet. Und kommentieren natürlich. Ich freue mich über jeden Kommentar, über einfach alles, jedes Feedback, was ich bekomme zu dem Spiel. Ich werde auch immer wieder was verbessern. Ich habe jetzt auch im Livestream ein paar Verbesserungen. Dank meiner Zuschauer noch im Chat habe ich noch ein paar Verbesserungen eingebaut. Und zum Beispiel der Herr Nemanis, glaube ich, hatte gemeint, dass die Fluganimation nur abgespielt werden soll, wenn man die Pfeiltaste nach oben drückt. Was natürlich eigentlich eine total logische Grundidee ist. Aber ich bin da einfach spontan nicht drauf gekommen. Und habe es da natürlich auch gleich umgesetzt. Danke nochmal an Nemanis für die tolle Idee. Wie gesagt, einfach nur eine simple Idee. Wenn man nicht die Pfeiltaste nach oben drückt, dann kommt keine Fluganimation. Und das ist doch eigentlich ziemlich cool. Das sieht auf jeden Fall wesentlich schöner aus. Also keine Flatteranimation. Finde ich sehr schön. Okay, dann lassen wir es hier. Gut, das war es eigentlich schon in meinem Video. Mehr wollte ich nicht zeigen. Ich hoffe, ihr probiert mein Spiel mal aus. Schreibt in die Kommentare, wie ihr es fandet. Lasst Kritik da. Ihr könnt alles äußern, was ihr wollt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Spiel. Bis zum nächsten Mal. Das war es schon für heute. Tschüssi. Und wer Lust hat, kann nochmal kurz in meinen Livestream reingucken. Der ist zwar nicht mehr live, aber vielleicht beim nächsten Mal könnt ihr auch da reingucken. Dann könnt ihr auch live dabei sein. Aber ihr könnt auch den Livestream immer nachholen. Er ist immer online. Bis zum nächsten Mal. Also gern, wie in meinem merchandise uncertain. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.